Boah, das letzte Level war echt schrecklich. Hier sehen wir es nochmal. Cold Heart Crash nie wieder. Na für heute, Ruination. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Bald sind wir fertig. Wir sind jetzt bei 92%. Also fehlen nur noch 8. Das ist sehr wenig. Und ich... Okay. Ähm, ich glaube, die Kisten hatten wir alle schon. Deswegen, den rechten Edelstein haben wir. Deswegen würde ich einfach mal schätzen, dass uns so eine Plattform fehlt. Wui! Mal gucken, wie... Ui, das war knapp. Mal gucken, inwieweit wir die heute finden. Nee! Ui, 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 ui! Komme ich hier aus der Bewegung gar nicht mehr raus. Mal zack. Mal gucken, was es da oben gibt. Oh, nein, das nehme ich mit. Äh, ja, runter da bitte. Crash. Danke. Vorwärts. Hier kamen Nitro-Kisten. Grüne Edelstein! Yes! Ich liebe es, wenn... Wenn sowas dann doch recht schnell geht sogar. Muss ich mir grad die Haare aus dem Gesicht wischen. Oh, wow. Zum Glück geht das hier so schnell. Sag mal, kann ich hier... Wäh! Oh, nein! Nein! Mal, wirf doch! Du Lümmel... Du Lady-Affe! Und vorwärts. Sag, kann ich da nicht auch einfach... Also... Hier von der Plattform da rüberhippen? Also gefühlt... Wirkte das grad so. Ah, okay. Wahrscheinlich nicht. Nein! Das mit dem Timing üben wir nochmal, würde ich sagen. Hehe. Los, rüber. Ich hab doch keine Zeit. Muss gleich noch einkaufen gehen, Mann. Oh, wie er nicht guckt. Wow, ich drehe mich. Hihihihi. Verdammt! Ich probier das jetzt mal. Nie! Das geht doch. Verdammt! Komm herun! Vor allem hört man das schon. Nein! Ich mach das jetzt. Pam, pam. Nein! Yes! Zauber! Na, kommt noch einer, ne? Wow, wow, wow. Halt, halt. Natürlich. Aber da sieht man schon. Nein! War so knapp, Mann. Ich will nicht an der Augen warten, bin ich erst mit dem... Mit dieser... Oh, das ist ja nett. Das hilft mir auf jeden Fall. Nee! Nein! Wie soll mir das helfen, wenn ich so dumm bin? Meine Güte. Das hätte echt nicht sein müssen, Max. Schön vorsichtig, einfach voranlaufen. Aber nicht vorbei! Ey, so viele Deppenmasken, ne? Ich frag mich, ob ich in Crash 2 oder 1 schlechter bin. Oh, hallo. Du musst schon hüppen, ne? Das sind alles Leben, deren Verschwendung es gar nicht so nötig war. Ich dachte schon, der erwischt mich noch. Lauf! Nein! Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ich mach's mir nicht leicht, ne? Aber warum sollte ich auch? Ich bin ja ein guter Spieler. Man kann die Dinger weghauen. Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott. So, ich würd jetzt eigentlich direkt versuchen, da so hochzuspringen hier links. Da war doch so ne Plattform. Also so wirkte das auf jeden Fall. Aber gehen wir mal den Standardweg, würd ich sagen. Nee! Nee! Okay. Das ist doch nicht direkt vor mir. Das... Uh! Okay. Uh, ne Maske! So was nehm ich immer mit. Da bin ich Fan von. Nee! Ui, ui, ui. Yes! So, sehr schön. Und bitte zum Ausgaben. Och, sehr schön. Da wartet auch direkt was auf einen. Dann hätten wir das auch schon geschafft. Alles easy hier. Komm, jetzt hätte ich gern noch ne dritte Maske. Dann ist alles okay. Cool. Ne dritte Maske. Ja, Mann! So. Können! Ah ja, ihr denkt, ihr könntet irgendwas gegen mich machen, hä? Tja, zu doof, dass hier schon das Level Ende ist. Ah ja, was soll man machen? Nee. Also ich bin jetzt schon prozentual besser rangekommen als im letzten Level. Nee, stimmt gar nicht. Da hatte ich auch schon recht früh den Kisten. Nee. Den... Hatte ich beides nicht schnell. Ich bin so schlecht, ey! Hm. So, was. 93. Hallo. So. Das haben wir. Oh, nächster Warbroom. Ähm, Kollege. Und aufwärts. Oh Mann, es dauert nicht mehr lange, da sind wir auch hier fertig. Letzter Warbroom sogar schon. Hallo, Crash. Oh, ja, stimmt ja. Hüpfen. Piston it away. Da fehlt uns noch beides. Na, super. Da kann man sich drauf freuen, würde ich sagen. Du, 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 du. So. Future? Uh. Oh, noch mal. Jetzt laufe ich erstmal an irgendwas richtig fett vorbei. Weiß ich doch. Warum soll das auch nicht so sein? Wäre ja dumm, wenn... Nicht, meine ich. Aber ich kann ja das nutzen, was ich hier schon mal kaputt machen kann. Ich kann ja das nutzen, was ich hier schon mal kaputt machen kann. Ich kann ja das nutzen, was ich hier schon mal kaputt machen kann. Oh, jetzt habe ich mir aber auch echt schlecht. Habe ich es mir echt schlecht gemacht. So, ach ne. Okay, wir fangen nochmal neu an. Wir gehen nochmal von vorne rein. Muss ja nicht sein, dass wir hier richtig dumm sind. Du dumm, bam, 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 bam. Du, 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 du. Aua, das war mein Kabel. So. Äh, danke. Das ist schon mal sehr nett. Vielleicht gibt es ja auch wieder eine Stelle, wo man einfach runterhüpfen muss oder so. Oder so. Oh, ne. Stimmt ja. Ne. Oh mein Gott. Äh. Wenn das so anfängt. Zack. Zack. So. Ganz easy. Alles frei von der Leber weg, würde ich sagen. Hüpf davon. Hüpf da drauf. Blümmel. Aber kann ich den, den muss ich doch auch kaputt kriegen. Oder bin ich jetzt einfach, ich will jetzt nicht doof sagen, aber halt nicht dazu in der Lage. Uh. Zum Glück war ich noch in der Bewegung dafür. So. Mach das mal kaputt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich bin ganz schlecht im Zählen, kann das sein. 2, 3, 4, 5. Naja. Hoffen wir mal, dass das jetzt, dass mir da jetzt nicht eine gefehlt hat. Als ob ich da auch nicht drauf springen darf. Das ist doch kacke. Jetzt habe ich es ja sagt. Wüpfer. So, Checkpoint. Dich kretsch ja um. Dich kretsch ja um. Und du machst wieder auf, ne? Jo. Ihr seid mir die schlimmsten Lümmel. Hier würde ich gerne runterhüpfen, wenn ich ehrlich bin. Na komm. Hoch mit den Tentakeln. Nee. Ja. Was zum? Was soll ich denn da machen? Oh, bitte keine Todesplattform. Bitte lass mich hier einen Edelstein gebraucht haben. Uiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Nee, doch. Ja, darf nicht mehr. Hä? Ja, okay. Ist halt ein bisschen doof gelaufen jetzt für mich, ne? Oh, nein. Oh. Mein Gott. Nee, 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 nee. Schade, da unten ist nichts. Gut, jetzt weiß ich das auch. Was? Und jump. Wag es nicht. Du bist so gemein. Oh, ist das zu kotzen. Ja. Alter, kann ich euch umrutschen? Das probiere ich jetzt. Was sind das für ekelhafte Viecher? Oh. Mann. Witter, blühen wir mal hier. Was mache ich denn da auch? Ja, komm. Nee, da stehe ich mich jetzt nicht drunter. Oh. Was? Dich rutsche ich um, mein Freund. Volle Kanne. Oh, es geht ja echt. Verdammt, noch eins. Was? Wahrscheinlich wusste ich das auch schon, ne? Kann ich da hinhüpfen? Ah! Ich dachte, ich falle sonst zur Seite. Das ist nur ein guter... Ja, mhm. Mh, mh, mh. Das gefällt mir alles gar nicht. Nein, 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 nein. Nein. Und hoch. Nein, das war dumm. Doch nicht. Nein, das war dumm. Ah. Was? Was? Alter, da hat er seine Zentakel noch rausgezogen. Wutz. Ha. So, jetzt nicht hier. Und dann fehlt mir wieder alles. Weil ich so doof bin. Ratsch. So. Meine Güte. Irgendwann ist das Spiel vorbei. Und dann denke ich mir, oh, schade. Und danach denke ich mir, ha. Yeah, voll erwischt. Ne, ne, ne. Huiuiui. Huiuiuiuiuiui. So. Gibt's hier nichts? Oh, voll erwischt. Aber das sieht so, so. Es sieht so aus, als könnte man da irgendwas machen. Oh, voll erwischt. Oh. Da sind bestimmt auch wieder... So was mag ich nicht. Wenn das wieder eine Stunde dauert, weine ich. Weine ich erstmal hart. Das kann ich gar nicht ab. Dann weine ich erstmal hart. Das kann ich doch nicht ab. So. Welches Level war das jetzt nochmal, was uns am Anfang fehlt? Da ist ja auch noch irgendwas. Das auf uns wartet. Noch ohne Tod. Na gut, jetzt wo ich weiß, äh, dass ich die umgrätschen kann, soll das kein Problem sein. Hier, den hier zu machen. Und an dem vorbeizuhüpfen. Und da hoch zu... Mann, Crash. Ich wollte was beweisen. So, los und los und los und los und schneller, Mann. Hat doch keine Zeit. Nein! Hm, manu. Oh. Ich wollte heute gerne noch ein bisschen waschen. Was fehlt mir hier eigentlich noch? Rocket habe ich. Knights Fight fehlen mir. Kristalle Pack Attack fehlen mir. Und Space Out. Na, super. Wo habe ich Lust drauf? Jo, jo, jo. Wo ist mein Level? Hier. Noch zwei Edelsteine, Mann. Na los. Woo. So. Ganz easy. Frei von der Leber weg. Oh, oh. Null Leben. Jetzt wo die Death Route kommt, oder wie es heißt. Sollte das doch passen hier. Pams. Oh, immer diese Wartezeiten. Schneller. Ha, diesmal warte ich. Nieke. Uiuiui. Und. Cool. Voll erwischt. Zack. Zack. Und wats. Wats. Ihr schafft es nicht, mich aufzuhalten. La 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 la. La. Da hab ich's wohl herausgefordert. La 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 la. Nee. Wats. Wats. Hier öffne die Schleusen, mein Freund. Nee. Ich krieg's euch lieber um. Das ist mir sicherer. Bis zur komischen Plattform da. Sehr gut. So. Ich fordere jetzt erstmal weiter heraus hier, irgendwo zu sterben. Vielleicht soll ich auch erstmal einfach den anderen Edelstein holen, ne? Oh, ich dachte schon, der macht das jetzt noch. Oh. Häh. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. So. Now, zack. Sehr schön. Ah. Mit einer Maske fühlt man sich immer direkt besser. Oh. Guck mal. Voll abgespaced. Woo. Wo komm ich hin? Oh, die Musik geht einfach weit. Die Musik. Oh. Lass mich bitte nicht vergessen. Lass mich bitte nicht allzu doof sein. Und lass mich bitte nicht wieder zurückgehen müssen. Also nicht so, wie wir jetzt mal... Was ist denn das? Äh. Hier. Was soll das denn? Ah, da kann ich hier gerünscht werden. Das wär cool. Schade. Äh. Da wär ich fähren von gewesen. Nee. Hehehehe. Cool. Woo. Na. Arme hoch. Hoch die Hände. Okay. Nicht, dass hier irgendwo oben was ist. Och nein. Sehr schön. Schön, dass das einfach klappt. Ah. Sowas kann ich auch immer gebrauchen. Nein. Voll gemein. Ey. Plus. Plus. Meins. Ja. Okay. Oha. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Oh, ist das fies. Oh, ist das gemein. Ah, ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, aber wir haben zwei Edelsteine bekommen heute. Das ist doch solide. Yeah, jubelt mich an. Kling. Und wir sind bei 94%. Alles klar, dann würde ich sagen, den Rest machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Oder wir machen dann den Edelstein beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Tschüss.